Guck mal, viele Jungs hier in Kreuzberg, die haben so Zahlenkombination, vier Jahre, drei Monate, elf Kilo. Du sagst so, vier Jahre, drei Monate, elf Kilo. Was ist das? Ich kenne nicht. Guck mal, ich kann dir mal kurz Erklärung machen. Das ist so, viele Jungs, woanders viele Jungs gehen in Schule. Leider hier in Kreuzberg tut mir wirklich leid, aber viele Jungs gehen so Knastmast. Und wenn du Knast gehst, weil du hast Scheiße gebaut, weil du hast was genommen, aber hast keine Rechnung dafür bekommen, weil du hast nichts bezahlt. Darum, die haben Probleme und sind Knastmast. Und die meisten Jungs kriegen dafür vier Jahre. Jetzt weißt du, was vier Jahre bedeutet. Und was bedeutet drei Monate? Kann ich auch mal Erklärung machen. Guck mal, drei Monate ist so, nach vier Jahren, du hast keine Scheiße gebaut. Dann, du kriegst drei Monate Freigang gerne. Das bedeutet, drei Monate. Und was bedeutet elf Kilo? Das heißt ja, vier Jahre, drei Monate, elf Kilo. Und elf Kilo bedeutet, du bist Knast gewesen. Vier Jahre. Jeden Tag Hardcore, Body, Maddi, Bizeps, Arme, Rückentraining. Du kommst raus, du bist von. Du hast Zange kannst du nehmen und die Zange macht so. Warum? Weil ich finde kein Fett. Verhungert die Zange. Warum? Weil du bist aus Muskeln, du bist Paket. Du kommst raus, bist ah, Pipfel von Straße. Und darum elf Kilo. Wow. Die sagen, Mann, guck mal, der hat 30 Kilo abgenommen, aber elf Kilo Muskelmasse zugenommen. Bravo. Und dann diese Kombination, vier Jahre, drei Monate, elf Kilo. Dann gehen auch die Jungs, die siehst du so auf Straße, die laufen so. Und die ganzen Mädchen sagen, guck mal, wow, der sieht gut aus. So sieht man aus. Und darum, guck mal, es gibt BMW 3er, es gibt Hartz 4 und es gibt auch vier Jahre, drei Monate und elf Kilo. Tamam. Also mert' mich.